JBL Adventskalender Mit unseren kleinen Filmen stellen wir euch jeden Wochentag ein anderes Instrument aus unserem Orchester vor. So entsteht jede Woche ein kleines Weihnachtslied. Lasst euch überraschen! Jetzt möchte ich euch noch von unserem Gewinnspiel erzählen. Wenn euch ein Instrument gefallen hat oder ihr ein anderes tolles Instrument kennt, könnt ihr dieses auf ein DIN A4 Papier malen. Dann werft ihr es bitte in den JBL Briefkasten am Kindergarten Lützelburg. Wir werden alle eure Bilder an unserem Zaun aufhängen und in unserem Video am 24. Dezember online zeigen. Wenn ihr an das Bild noch einen Zettel mit eurer Anschrift hängt, findet das Christkindern Heiligabend zu euch und bringt euch als Dankeschön noch eine Kleinigkeit vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen! Am Montag geht's los! Am besten abonniert ihr unseren YouTube-Kanal, dann verpasst ihr nichts! Tschüss, eure Annalena Schneider vom Jugendblasorchester Lützelburg